Hallo, ich bin der Daniel. Ich bin Hobbymusiker und das hier ist mein Stammklavier, das ich seit ich sechs bin habe. Durch einen Freund bin ich auf eine neue Mechanik aufmerksam gemacht worden, die es bei Stammklavieren ermöglicht, so schöne Nuancen in den tiefen Tönen und in den leisten Stimmungen gut wiederzugeben. Das war auch das, was mich beim Üben meistens gestört hat im Vergleich zum Flügel, dass ich diese schönen Nuancen in der leisten Stimmung nicht so gut rausbringen konnte wie bei einem Flügel. Und ich habe mir das angestaut und das dann auch ausprobiert und das hat mich sehr beeindruckt und ich habe dann beschlossen, dass ich das bei meinem Stammklavier dann auch machen werde. Und schauen wir mal, was das Ergebnis dann bringt. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Also der erste Eindruck vom Spielen jetzt ist ein bisschen ungewohnt, aber auf jeden Fall positiv, weil... Wenn ich jetzt den Ton spiele, muss ich die Taste nicht mehr zurück in den Ursprungsmodus zurückfallen lassen, sondern ich kann den im Halbmodus sozusagen spielen. Das heißt, ich kann diese schönen Nuancen, diese Feinheiten in leisem Modus gut aus diesem Standklavier rausbringen. Also ich bin sehr zufrieden damit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020